Wohin? Das ist das Ende. Wer das hier überlebt, wo geht der hin? Der Lehrer! Wenn Penelope und der Lehrer sich treffen, dann fahren sie meistens in die Berge, denn zu Hause können sie sich nicht treffen. Und danach hält der Lehrer sie im Arm und erzählt ihr Geschichten von Penelopes Mann. Krieg! In einer Zeit der Ortlosigkeit, da muss der Begriff Heimat neu erfunden werden. Wir haben Angst! Und der Horizont, er verwandelt sich in Wellen! Abschließender Planungsentwurf, löscht die Fackeln, holt die Segel ein. Wer bist du? Woher kommst du? Da war eine Küste, da begrüßten uns die Menschen mit einer Frucht und diese Frucht ließ uns vergessen, wer wir sind. oder die das Friede war blind. Und das Gäste war blind, Aber das Pferd war blind. Untertitelung des ZDF, 2020